Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zum Blackguard. Kriege ich den kaputt? Wunderschein. Wunderschein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich töte euch alle. Ich versuch jetzt hier irgendwie... ...gucken, dass ich das selber hinkriege. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das war's für heute. Die Zombies verlieren auf jeden Fall an Leben. Und wenn wir jetzt mal hier noch so ein paar... ...erledigen könnten... ...wäre das ganz schön. ...jawoll, so. So, endlich. Ach ja, Pfeil funktioniert ja nicht genau. Hier kommen natürlich die ganzen Skelette. Ähm... Ah, 12 ist schon richtig hart. Okay, ich muss die irgendwie wegkriegen von ihr. Oh nein. Er ist tot. Oh nein. 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 Nein, warum läuft sie denn jetzt so rum? Ist sie dumm? Sie ist definitiv dumm. Sie hat gar nicht so viel Leben. Nö. Ne? Ich kann den niemanden geben, ne? Ich kann ihn nur selber trinken. Er hat nicht mehr viel Leben. Ich denke nämlich, wenn wir ihn tot haben, zerfallen auch die Skelette zu Staub. Ich bin sehr schwer davon aus. Ich hoffe natürlich, dass ich richtig liege. Zaya hat nur noch 10 Punkte. Das sind nur 5 Punkte. Das heißt, wir müssen ihr jetzt einen Trink geben. Meine liebe Aurelia, musst du das selber nehmen. Und ich habe jetzt... Oh doch, ich habe... Ich muss natürlich ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, Aurelia ist tot. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts. Ah, noch so ein bisschen Scheiße. Er trifft natürlich auch jedes Mal, ne? Oh. Wenn sie jetzt nicht trifft, ne? Ich habe jetzt noch einen riesigen Besen. Ja. Gott sei Dank. ich habe mich noch nie so gefreut das war aber mal wieder ein kampf der war richtig hart so dann gehen wir mal nach zufrieden aber nichts wichtiges dort also nach aldenia f5 zum schnellschmeicheln ich habe gerade keine zeit ach das ist ja sie genau so sie hat ja keine zeit für uns genau immaculushaus ich gehe erstmal nach bielhain kennen wir uns warum sind die götter so grausam was gibt es mütterchen meine enkelin meine sina ist verschwunden ich bin eine alte und kranke frau ich habe doch sonst niemanden bitte bringt mir meine sina zurück wie sieht das mädchen denn aus sie ist noch ganz jung das hübscheste ding im ganzen dorf wenn man sich hier so umsieht ist das noch lange kein kompliment ich hätte sie niemals alleine in den wald gehen lassen dürfen mabys lebt dort in den lanego wäldern ein finsterer im ganzen dritten mabys lebt Habe ich nicht irgendwas im Inventar, dass ich das selber machen kann, da? Juhu! So, gelesen? Gelesen. Aurelia hat die ganzen anderen Bücher gar nicht gelesen, führte mich gerade ein. Dann gehen wir dem Mütterchen mal helfen. 5, 6, 7. Ich zähle auf jeden Fall 7. Hm. Hm. Okay. Ich steh ganz blöd. Ja, ja, ja. Sind sie nicht stark die Würfe diesmal? Dazu einfach hinkriegen? Ich weiß es nicht. Tarkata holt natürlich ordentlich Schaden, aber es sind halt viel, viel mehr. Ja, super. Und wenn man dann einmal daneben schlägt, dann ist es natürlich schon direkt kacke. Ja. Der dürfte gleich nie mehr lange machen, der Wolf hier. Einen. Einen haben wir schon mal. Einen haben wir schon mal. Ja. Ach, jetzt habe ich den genommen. Scheiße, den wollte ich gar nicht nehmen. Ja. 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 Hauen wir ihn wieder um. Ah, Tarkata. Ah. Aurelia ist schon tot. Warum trifft er nicht? Ah, da wäre ich ganz fuchsig bei, ey. Verbrennen wir mal ein bisschen den Arsch. Jetzt aber Tarkate, geht doch. Leute, was ist denn los mit euch? Zuberan beißt auch gleich ins Gras. Ja, ja, du bist tot, ich weiß. Weil du in den Wald gehen wolltest, Mädchen, ey. Kommt, Leute, es ist nur noch einer. Warum ist Tarkate eigentlich weiterhin bei uns? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Er muss doch gar nicht mehr bei uns sein. Nicht, dass ich ihn nicht gerne da habe. So ist es ja jetzt nicht, ne? Das war knapp. Habt vielen Dank. Welcher Drache hat dich denn geritten, ganz allein hierher zu kommen? Allein? Ich bin nicht allein. Mavis ist hier. Der Droide? Er muss irgendwo sein. Am besten erzählst du uns von Anfang an, was geschehen ist. Hat der Droide dich entführt? Was? Nein. Er hat mich als Schülerin aufgenommen. Du bist freiwillig hier? Ja, aber es ist alles schiefgelaufen. Langsam. Was ist schiefgelaufen? Er wollte mich unterrichten. Direkt am Herz des Waldes. Doch es war... verdorben. Verdorben? Die Bäume haben mit ihren Ästen nach uns geschlagen. Ihre Wurzeln wandten sich wie unter Schmerzen. Mavis wollte sich verwandeln, um mit den Bäumen sprechen zu können. Aber als er seine Baumgestalt annahm, hat das Herz auch ihn verdorben. Ich hatte Angst. Also bin ich geflüchtet. Wir müssen ihm helfen. Bitte. Wir müssen zum Herz des Waldes und Mavis helfen. Also gut. Bring uns zum Herz des Waldes, Sina. Folgt mir. Ja, aber ich möchte erst Heilung. Ich möchte erst heilen. Wie viel? Wir haben... Bis später. Hm. Das ist eine Eriba-Lilie. Oh. Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Oder so. Gebt an! Verzaubert uns doch schon direkt, äh, die blöde Kuh. Ja, was sollen wir machen? Ich weiß nicht, wie ich die töten soll, ne? Ist das nicht er? Mavis. Das ist Mavis. Genau. Machen wir mal ein bisschen Feuerschützchen. Es klappt ja wenigstens schon mal ein bisschen. Es bringt nichts gegen die Viecher zu kämpfen. Warum darf sie zweimal schlagen? Ey! Oh, ich kann jetzt hier kein Feuer wirken. Wo kommt das denn dagegen? Ah, auch nicht. Kommt da natürlich auch wieder eine hoch. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders machen soll. Ich bin vergiftet. Danke, Takate. Echt immer wieder schön mit dir. Wieso weicht sie den Wuchtausschlag auf? Ich hasse Gift. Ha! Ha! Okay, das ist auch nicht so wirklich was. Nein! Das ist eine Irribalie. Nein! Scheiße! Okay. Ich... Ach! Scheiße! Wie kriege ich die klein? Ich bin. Mhm. Ich weiß ja, ich denke mal, wir müssen uns von ihm fernhalten und dürfen ihn nicht bekämpfen. Ja, natürlich nicht sicher, ne? Was ist denn Aurelia da? Ich hasse Gift! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ich hasse Gift! Ich bin vergiftet! Oh mein Gott, sind wir denn nicht alle vergiftet, ey? Was soll das? Ich bin vergiftet! Wie soll ich die denn sonst besiegen? Die nehmen nur ein Schaben. Ein Schaben. Was macht's denn jetzt für'n Tanz? Jawoll. Endlich mal. Danke Aurelia. Ja, er ist tot. Ja, der ist tot. Es kommen immer mehr. So, er kann jetzt jemanden heilen. Wahrscheinlich kann er nicht ihn heilen. Mein Gott, Leute. Ich bin vergiftet. Was zieh denn hier schon wieder von irgendeine Klamotte hier? Jawoll, elf. Schön. Aber jetzt ist Naum tot. Mhm. 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 Das sieht sehr gut aus. Wie oft die immer sagen müssen, Gift. Gift. Ja, wir wissen, dass es Gift ist. Mein Gott, ey. Es kommen immer mehr. Das weiß ich auch. Ja, hau ihr gleich direkt zehn um die Ohren, du blöde Pflanze. Ehrlich, ey. Mich packt gerade die bloße Wut. Du bleibst da schön stehen. Ich muss aushalten. Ah, sie muss Stein machen. Es geht gar nicht anders. Okay, Zorbaran muss gleich... Ich glaube, sich heilen oder die Pflanze. Ich weiß nicht. Obwohl, er hält das jetzt noch einmal aus. Danke. Das ist echt nett. Das ist 0% 88. Das ist scheiße, weil das dann ihr auch um die Ohren fliegt, ne? Ey, da stand gerade eine 88-prozentige Chance, ne? Macht das da so eine Scheiße mit uns. Ah, wir sollten uns mal gleich heilen. Alle beide. Oh ja. Sie haut sie jetzt immer um. Ja, Aurelia ist auch tot. Sie haut sie immer um. Okay, Leute. Ich versuche das jetzt nochmal. Sage aber zu euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist...